Herzlich willkommen in der RC-Werkstatt. Die ersten Fahrvideos aufgenommen, die sind leider nicht so schön geworden. Die Kamera ist ein bisschen am wackeln und ja, die Position von der Kamera, das muss ich noch ein bisschen besser befestigen. Der Ton ist voll für den Arsch. Naja, tut mir leid, da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. So, zu dem Auto. Mit dieser Mittelmotor-Geschichte, das hat nicht viel gebracht. Also, ich habe mir mehr dadurch erhofft, aber das Fahrverhalten ist jetzt nicht großartig negativ oder positiv zum Originalen. Das ist ziemlich gleich geblieben, da hat sich nicht viel getan. Ich blende mal hier an dieser Stelle jetzt erstmal die Fahrbilder, die Fahraufnahmen, bevor ich da noch was drin gemacht habe. Ich blende mal hier an dieser Stelle. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich weiß nicht ob man das so gut erkennt, auf jeden Fall ist das Auto ziemlich am untersteuern. Das heißt er schiebt über die Vorderräder. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass der jetzt übersteuert, dass der ziemlich mit dem Heck rumwedelt, aber das macht er nicht. Also gut, macht er schon, bloß bei Vollgas. Wenn man jetzt schnelle Kurven nimmt, dann schiebt er stark über die Vorderräder. Er untersteuert und ja, das ist so ein Fahrverhalten, was ich nicht wirklich schön finde. Mag sein, dass manch einer gut damit zurechtkommt, aber ich habe es lieber dann doch, wenn das Heck ausbricht. Ja, damit kann ich persönlich besser umgehen, wie wenn die Lenkung da nicht richtig reagiert. Wenn man jetzt irgendwie ein Hindernis umfahren will oder so und ja, das klappt nicht direkt, dann hat man schnell was kaputt gefahren. Ja, ich habe auch versucht mit der Spur ein bisschen einzustellen. Ich habe dem mal ein bisschen Vorspur gegeben, neutral, Nachspur und ja, das beste Verhalten ist immer noch mit der Nachspur. Aber das war jetzt auch nicht so der Hit. Dann habe ich mir das Auto noch mal ein bisschen genauer angeguckt und ja, ich muss sagen, das hat einen starken Nachlauf. Der Nachlauf ist die Position von den oberen und den unteren Querlenker. Das heißt, die Punkte, die zur Radnabe gehen, die sind nicht gerade, sondern halt so nach hinten, so schräg nach hinten versetzt. Hier ist die obere Aufnahme, hier ist die untere Aufnahme. Dadurch haben wir so einen Nachlauf. Und beim Einlenken kippen die Räder. Das hat, ja, beim Offroader ist das super. Da hat man, ja, dann stützen sich die Räder so in den Untergrund. Bei den Rädern und ja, beim Onroader finde ich das eher vom Nachteil, weil dadurch liegt der Reifen nur innen bzw. nur außen auf. Und wenn man dann noch so harte Reifen hat, die das nicht ausgleichen können, dann fährt man halt nur auf den Seiten in Kurven. Ja, ich habe mir das genauer angeguckt und normalerweise müsste man halt entweder den vorderen, den oberen Querlenker weiter nach vorne versetzen oder den unteren weiter nach hinten versetzen, um das jetzt ein bisschen rauszunehmen. Und das ist hier leider nicht möglich. Der liegt schon hier oben an. Der hat hier unten gar kein Spiel. Man könnte den höchstens nur noch mehr Nachlauf reinmachen, indem man die Distanzstücke hier rausnimmt und nach vorne versetzt. Allerdings würden die Räder dann noch mehr kippen. Ja, das wäre eher vom Nachteil. Also, finde ich. Ich bin jetzt hergegangen und habe hier einen Schnitt gemacht. Ich habe da eine Bohrung reingemacht, hier eine Bohrung reingemacht und mir einen Turnbackel, so ein Rechts-Links-Gewinde, da reingefummelt. Das war auch ein bisschen kompliziert, den da reinzukriegen, da man den nicht so weit auseinanderbiegen kann, um den dazwischen zu tun und reinzuschrauben. Ich blende jetzt mal die Fahrvideos nach dem Umbau ein. Ich bin jetzt mal die Fahrvideos nach dem Umbau ein. Das war mirbel Future. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020